So, gleich wenn du jetzt hinten links um die Ecke bist, bleibst du mal im zweiten Gang und fährst 30, wir machen eine Gefahrbremsung, das heißt, wenn ich sage, jetzt gehst du volle Kanne in die Eisen, sprich Kupplung und Bremse gleichzeitig stark drücken und dann auch auf Kupplung und Bremse draufbleiben. Jetzt mal so ein bisschen Gas geben, 30, wenn ich sage jetzt, dann machst du die Gefahrbremsung. Und jetzt, genau, jetzt ist wichtig, wenn du weiterfährst, erst blinken nach links, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick und dann wieder anfahren. Ja, wichtig ist, wenn ihr die Gefahrbremsung gemacht habt, dass ihr dann, wenn der Prüfer sagt, bitte weiterfahren, blinkt nach links, um dem rückwärtigen Verkehr zu sagen, dass ihr wieder losfahrt. Und dann natürlich Blickführung, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Ja. 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 Ja.